Geed, it's strange how sounds can let you down, let you down, my girl you've been lovin' So meine Freunde, ich bin sie da, euer Povica, willkommen bei Watch the Geekman und herzlich willkommen zu Warface, meine Freunde, oh Mann, ich bin ja, oh, ich bin schon wieder so so horny auf das Game, Freunde, ich glaube die, oh, das ist gleich von der Granade, zieht geunert hier, hab ich gleich noch einen abgeschossen, dieser Lump Oh, jetzt müssen wir hier aufpassen, Freunde, erstmal hier, Munitionsmann, nee, wartet mal, erstmal eine Nade da rüberfacken, da irgendwo rein Ah, da ist aber keiner, kommt, Leute, hier Nein, da holt er mich, das dumme Dreckschwein, Leute, ist so geil, ne Ich hab jetzt hier mir, die, hat mir gestern der Otrex, äh, LP, hat mir erst gestern gesagt, ey, wie spielst du überhaupt noch Warface und hast du nicht gesehen Ich so, hä, ne, das ist doch noch gar nicht jetzt wieder draußen und so, die Beta war ja jetzt erst in Russland und in Deutschland Und, ähm, komm, wir helfen hier mal, ich mach hier mit hoch Ne, lass ihn mal Ähm Oh, hier will einer wirklich helfen, ich komme, mein Freund Komm, ich helfe dir auch hoch, Kollege Ich weiß aber nicht, ob das Ding in der, in der Beta hat, ob das Ding jetzt noch hier in der Beta ist Ob das jetzt wieder Open Beta ist oder so Aber ich glaube nicht, ich glaube, dass es jetzt echt schon Komm, bleib stehen Na, oh, 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 da werden wir gebumst hier fast Ah, da hat der mich Der Schniper, die Drecksau Ähm, keine Ahnung Aber ich glaube, es ist wirklich halt nicht in der In der Beta-Parse Sondern es ist jetzt schon die Vollversion Ja, den haben wir doch, Freund der Sonne Wieso bin ich da jetzt Ey, bist du hart im Helm, oder was Ich hab, ey Ist auch noch Teamkill an, da kriegst du gleich wieder Einen Rappel, meine Fresse, ey Da müssen wir die erstmal bashen hier eine Runde Meine Fresse, meine Fresse, ey Ich bin ja immer noch so heiß Und ja, es geht immer noch Ähm Na? Oh, oh Komm, werft die Nähte hin Ah, ja, schön, schön Lass wir hier Pistole zücken, Freunde, wa? Oh, holz Oh, jetzt muss ich mir auch wieder angewöhnen, Freunde Ich muss das mal, ich muss das noch ändern Hier den ganzen Spaß Wie kann ich denn hier? Hier kann ich Medic machen Mach ich jetzt einfach mal Jetzt muss ich nochmal gucken hier, Freunde Äh F Das soll hier hin Genau, auf Maus 4 Ich weiß auch nicht, ob man die FUB ändern kann Aber so wie es aussieht, kann man das nicht machen, Freunde Grafik Ne, kann man anscheinend nicht Aber ist ja auch egal Oh, jetzt bin ich Shotgun Shotgun hier Jetzt kann ich nämlich ja schön auf der Maus hin und her Hinrutschen Ne, oder auch nicht Super, das geht nicht Hä, was hab ich denn jetzt gemacht? Mach das hier hin, Junge Und mach an, Ne Ja, jetzt geht's, Freunde Sehr gut, sehr gut Bin ich doch stolz hier auf mich? Hab ich so noch hing Boah Stopp Boah Alter, hat er das gesehen, Freunde Boah Der holzt mich übelst weg Die FOV fehlt mir hier Die fehlt auf 4 Uhr irgendwie Keine Ahnung Aber ansonsten Ist das immer noch ganz schön fett hier Ich hab, also ich hab's Ich kann ja gehen russisch, ne Oh, den hab ich Oh, was ist das für ein Was ist denn das? Das darf doch wohl nicht wahr sein Na, look, Crytek, hä Was macht denn ihr da? Das könnt ihr doch nicht machen Shotgun übers die Range Was ist denn das? Hat der Bubiker einfach mal draufgeholz Und schon trifft er ein bisschen Hat er bestimmt 5% abgezogen Boah Hab ich What the fuck Oh Gott Da ist einer Mach ich hier Geh Komm, Lofe Boah, er hat mich voll zerlegt, ey Meine Fresse Oh Gott, Nate Boah, der hat mich zerrubt, Freunde Da hat's mich zerrubt, hier Aber gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen Ich nehm jetzt mal hier Den hier Den Ne, ich nehm mal Sniper, Freunde Sniper, Sniper ist gut Sniper, ich freu mich so 53, 54, 53 steht's Ich bin im blauen Team Das heißt, wir sind gerade am Gewinn hier Komm Ich weiß auch nicht, ob's bis 100 geht Aber ich glaube Die Map kennen ja schon einige von euch hier auch, ne Ist ja quasi so eine Standard-TDM-Map Da läuft der Ha, den Hammer Schneiber King Komm, bleib ich stehen, Junge Boah, haben wir auch weggeholzt Guckt euch das an Guckt euch das an, Freunde Sieht ein bisschen aus wie Wallhack, was ich hier gerade mache, ne Aber das sind meine Freunde Das sind meine Verbindeten Oh Da holt er mich weg Headshot, oder? Hat er einen Headshot? Ne, hat er nicht Aber ich hatte auch nicht mal viel So, den holen wir uns jetzt wieder da oben Das dumme Dreckschwein Ja, da haben wir ihn doch weggeholzt, Freunde Da haben wir ihn doch Ne, das haben wir hier anscheinend nicht Mal gucken, ob wir hier inmessern Oh, oh, da hatte ich Glück Oh, oh Oh, oh Na, kommt da wer? Ne Bleib mal hier stehen, Freunde Man kann hier immer leider noch spawnen, das ist so ein bisschen Fail Komm, da haben wir dich, Junge Ganz da bleiben, wo der Pfeffer wächst Oh, die hat es zerlegt durch den Claymore Boah, Headshot Ne, doch nicht, aber 100% hier 100 Punkte abgezogen Das ist ganz schönes Spawn-Geficke hier, finde ich Manet da hoch Oh, da habe ich schon einen eigenen Mitspieler Da habe ich, glaube ich Oh, ich bin aber auch gleich tot hier Ich mache es mal hier rum Was, F5? Was weiß ich? Ja, mache F5 Oh, das war dumm Das war dumm, jetzt hier nachzuladen, Freunde Oh, hier kommt auch einer Hier kommt auch einer Mensch Passt doch mal auf deine Mitspieler auf, Junge Moin, da holst du mich an der Shotgun weg Komm, wir nehmen mal den hier Munitionstypen Mal gucken, was wir jetzt noch kriegen hier, Freunde Oh, es ist so geil Es macht hier so einen Spaß, ey Man muss, also ich finde, also das Spiel an sich ist halt immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig Obwohl ich es jetzt halt schon ein paar Mal gespielt habe Aber an sich macht es also einen Heiden Spaß immer noch Also es gibt da noch die anderen Modi, wie zum Beispiel Wie zum Zerstören und so Also sowas sind ähnlich wie zum Zerstören Dann Sprengkommando halt Ist jetzt schon, äh, eine feine Sache Na, sehen wir da einen? Ne, oh doch, da war einer Na, zeigst du dich, Kollege? Na, wo bist du, hä? Komm, komm, komm Oh Gott, Nate Oh, da hat sie mich mit zerfetzt Das darf doch nicht wahr sein Ach, oh, drei, wir gewinnen das aber, Freunde Wir gewinnen das aber locker hier, Freunde Ich freu mich auch schon übelst auf das Community-Dinner, Freunde Das glaubt ihr auch nicht, ey Das da haben wir Ich hab das letzte Mal mit den Community-Manager geschrieben Also die, die, äh, machen da so einen Hehl halt draus Aber was willst du machen? Ähm Naja, ist ja auch egal Auf jeden Fall krieg ich bald Bescheid Ist ja noch ein Weilchen hin bis zur Gamescom Und, äh, Gamescom-Video wird auf jeden Fall erscheinen Äh, mach ich dann mit dem Born zusammen Da hatten wir uns dann was Schönes ausgedacht Komm, zeig ich dich hier Oh Ich hab Glück gehabt Nein, da kommt der da um die Ecke gehächtet Was tut mir, Dreckschwein Freunde, elf, elf Der Fruller ist es nicht Wie gesagt, äh, erste Runde jetzt mal wieder Seit hier Zwei Monaten oder drei Monaten Muss man sich auch erst mal dran gewöhnen An die Steuerung und so weiter Und es ist halt echt, äh, noch ein wunderbares Spiel Mir macht so viel Freude Vor allem, dass es halt Free-to-Play ist, ne Also wenn ihr euch das Spiel runterladen wollt, dann, äh, ja Macht das einfach Ich schreib einfach mal den Link, äh, in die Beschreibung Ja, lag noch ein bisschen mehr, Freund der Sonne, ne Was hab ich überhaupt für einen Ping? Ich steh jetzt irgendwo da Oh ja, einen ganz niedrigen Aber ich meine Ich bin ja kein Russe, wa? Ja, 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 ja So, wo, wo geht ihr noch, Party? Oh, hier schön auf den Boden langsliden, ey Ist immer so geil Oh, yeah Bord of Steel Pika Meine Fresse, ey Man kann auch seine Waffen Live upgraden Ich hab jetzt nur Ich hab jetzt Schalldämpfer drauf Und dann klicke ich einfach Also macht man mit C Dann wird mein Schalldämpfer aus Und jetzt hab ich einen Schalldämpfer drauf Mal gucken hier Ob wir da noch was killen In den letzten 46 Sekunden Wir gewinnen auf jeden Fall, Freunde Wir sind noch einen guten Vorsprung Oh, da ist ein Munitionstyp Oh, hier haben wir auch noch Hier können wir Waffen aufheben Mit E Mach ich jetzt aber nicht Die M4 Aber die hab ich ja selber Oh, 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 oh Erstmal hier verstecken, Freunde Oh Gott, Nate Oh, da hat's mich schon doch zerfickt Kann ja wohl nicht wahr sein, Freunde 12 zu 14 Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ah, das Spiel macht echt fun, ey Ich hätt's nicht gedacht Also, Leute Ich pack euch mal den Link Unten in die Beschreibung Auf jeden Fall Na, komm, 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 komm Bleib da mal schön, wo du bist Ah, wir haben gewonnen, Freunde 139 zu 11 13, 14 Nicht die beste Runde Aber ich kann's auch besser, Freunde Man muss sich, wie gesagt Auch erstmal wieder An das Spiel dran gewöhnen Also Lasst euch da nicht unterkriegen Wenn ihr ein neues Spiel anfangt Und das ist erstmal ein bisschen anders Lässt sich anders spielen Die Config ist ein bisschen anders Und, ähm Die Grafik ist halt schon geil Ist halt, äh, CryEngine 3 Und, ähm Ja, damit war's das von mir Und, äh, bis zum nächsten Mal Renn ihr hauen, euer Popiker Bis zum nächsten Mal PLEARLIFT 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 PLEARLIFT